Sie ist reingerollt. Mama mag es nicht, wenn wir uns vor der Wohnung der Alten rumtreiben. Hallo? Senora, ich komme jetzt rein. Ja, genau. Ist es hier? Der Himmel von Madrid ganz für uns allein. Wir werden hier wie Könige leben. Wie Sie sehen, ist alles noch so, wie es der Vorbesitzer hinterlassen hat. Herr, fülle unser Haus mit einem Segen und segne uns auch diese Gabenliebe von deiner Güte zu Hause. Warum sind wir hierher gezogen, wenn hier schon jemand wohnt? Sehen Sie, in diesem Haus passieren Dinge. Was für Dinge? Ist irgendwas undicht? Rafa, wieso machst du nicht auf? Was ist? Nein, nein, sie kennen mich nicht. Ich wohne in der Manuela Manasanya 32. Amparo ist nicht hier. Du bist allein. Sieh mich an! Wer hat dort gewohnt? Wer hat dort gewohnt? Siehst du etwas? Ich sehe was, was du nicht siehst. Siehst du etwas? Siehst du etwas? Ja, bitte. Siehst du etwas? Ich seh es. Wer hat dort? Untertitelung des ZDF, 2020